erst nur die ist drin flüssige rauchigen luden schocker der ist drei eierbomben vor allem die 44 grundschanden an feind verursachen oder 162 ja kann man kann man nehmen im rdw-shop ist gerade ein alter neuer hält wieder drin jetzt nicht so rauschend sag ich jetzt mal oder er gesagt es geht es bei schockwelle 3 eierbomben fallen die entweder 54 grundschaden da lassen oder 162 ich weiß nicht kann man gut mit schockwelle im set verbinden